Herzlich Willkommen bei Andreas Drienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, um den Satz der Überschrift fertig zu machen. Der einfachste Weg ist nicht immer der beste Weg, vor allem im funktionalen Krafttraining. Man kann natürlich jeden, der sich im Training befindet, der noch keine Schulung erhalten hat, noch keine sinnvolle Schulung erhalten hat, kann man natürlich in Schutz nehmen, kann sagen, okay, was er da macht, die Bewegung, was er da vollführt, sind natürlich rein instinktive Bewegungen. Und diese rein instinktive Bewegungen unterliegen natürlich im menschlichen Organismus einem sogenannten Energierechner. Das heißt, dass natürlich der Körper es so steuert, dass er für die Bewegung im Laufe der Zeit immer weniger Energie verbraucht. Und somit ist natürlich auch der Körper programmiert, dass er gerade im Belastungsbereich, wenn man Gewichte von A nach B bewegt, natürlich einen Weg einschlägt, der für ihn energetisch nicht aufwendig ist. Warum? Der menschliche Organismus möchte bis heute noch sparen, weil unsere Gene haben sich eben noch nicht im 21. Jahrhundert angepasst, dass wir energetisch natürlich sehr stark abgesichert sind durch einen vollen Kühlschrank, durch natürlich eben auch Wärme in Form von Heizung, in Form von einem Dach über dem Kopf, in Form von einem Auto, in Form von natürlich sehr wenig Bewegung den ganzen Tag. Das hat er bis jetzt noch nicht gerafft. Und in unserem System ist immer noch abgespeichert, dass alles, was wir tun, so wenig wie möglich Energie kosten sollte. Und das ist tatsächlich dieser innere kleine Schweinehund, der uns zum anderen, uns auch daran erhindert, energetisch aufwendige Dinge zu tun. Bei manchen Menschen ist er extrem ausgeprägt. Aber im funktionalen Krafttraining macht das gar keinen Sinn, dass diese Ausprägung weiterhin am Leben erhalten wird. Das heißt, man erschlage seinen inneren Schweinehund. Und schon kommt man im Krafttraining ein Stückchen weiter. Das bedeutet, Umkehrschwung, Schwung überhaupt, verkürzte Bewegungsabläufe, sehr seltsame Bewegungsabläufe zum Teil, kommen daher, weil natürlich der Organismus sagt, instinktiv, ich möchte das machen, was ihm hier wenigstens Energie kostet. Im funktionalen Krafttraining müssen wir das umdrehen. Wir müssen den Weg gehen des höchsten energetischen Aufwandes, um maximal viel Muskelfaserbündel in die Bewegung einzubinden. Und wenn möglich, dann auch noch die Muskelfaserbündel von der Muskulatur, die wir tatsächlich trainieren möchten. Und somit ist das oberste Gebot, trainiere ohne Umkehrschwung, trainiere über das gesamte ROM und achte darauf, dass du deinen Zielmuskel hauptsächlich triffst. Das war's schon, Andreas Dienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, deine energetisch aufwendigen Bewegungen, meine Aufgabe.